Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Und zwar geht es heute um Bauch, Beine und Po-Übungen zu Hause. Da mich viele bei Instagram gefragt haben, wie ich meinen Körper trainiere, beziehungsweise mein Bauch, Beine und Po, dachte ich, ich zeige euch mal ein paar Übungen, die für mich am sinnvollsten waren und von denen ich am meisten profitiert habe, um so auszuschauen. Also bleibt dran, startet jetzt sofort mal. Für mich. Bis zum nächsten Mal. Ja, 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 ja Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.